jetzt möchte ich euch noch zwei besondere highlights vom klick vorstellen das eine ist die stefford jacke hier haben wir eine outdoor und trekking jacke die jacke hat eine 5000er wassersäule ist es eine zweieinhalb lagenjacke sie ist natürlich nicht nur wasserdicht sondern auch winddicht im gegenzug aber sehr sehr atmungsaktiv also wirklich super gut gesendliche sportarten tragbar wir haben hier eine unisex jacke das heißt sie geht von xs bis 3xl und ich kann sie in der taille durch einen tunnelzug wunderbar einstellen und auch persönlich anpassen die jacke hat auch zum beispiel hier oben im brustbereich zwei wasserdichte taschen wo ich handy geldbeutel problemlos verstauen kann ich habe hier noch mal zwei taschen auch die mit einem also verdeckt sprich auch nahezu wasserdicht ich habe eine kapuze die ich wunderbar der kopfform anpassen muss und kann was ja ganz wichtig ist wenn es draußen stürmt wenn es regnet dass ich wirklich rundum geschützt bin wenn ich intensiveren sport mache habe ich die möglichkeit dass ich vom belüftungssystem gebrauch mache die jacke hat unter beiden achseln jeweils ein zipper eingearbeitet wo ich eben noch mal richtig schön durchlüften kann passend zur jacke die es in drei farben gibt haben wir natürlich auch die entsprechende hose die nennt sich sebring auch diese hose besteht aus einem zweieinhalb lagen material auch diese hose hat ähnlich wie die jacke wasserdichte reißverschlüsse ich habe auch bei der hose ein belüftungssystem eingearbeitet sie ist genauso atmungsaktiv wind- und wasserdicht natürlich wie die jacke oben im bund habe ich einen super guten gummizug eingearbeitet mit klettverschluss das heißt ich kann die sehr gut und schnell individuell auf mich anpassen und dann hat sie eben auch unten am abschluss noch mal mit klett ein bündchen eingearbeitet wo ich einfach dann die hose auch fest um die schuhe machen kann damit sie nicht verrutscht oder irgendwie von unten feuchtigkeit eindringen kann also ist wirklich der perfekte begleiter für sämtliche outdoor aktivitäten auch die hose ist wie die jacke natürlich unisex und geht auch von xs bis 3xl ein weiteres highlight ist unsere a rock jacke die wir seit 2020 anfang 2020 am markt haben ist eine sehr modische übergangsjacke frühling herbst aus 65 polyester 35 baumwolle also auch optisch eine sehr urbane jacke tolle details wie die metallischen reißverschlüsse beispielsweise oder auch die metallischen druckknöpfe auch diese jacke ist eine unisex jacke das heißt auch wieder von xs bis 3xl erhältlich und ich kann auch diese wieder in der taille schön auf meine auf mein körper abstimmen und kann es eben wenn ich so enger mache femininer gestalten talierter gestalten des weiteren auch ein tolles gimmick die jacke hat einen sehr hohen modischen stehkragen und da ist eine notkapuze sozusagen eingeholt das heißt wenn ich vom regenschauer überrascht werde kann ich die kapuze schnell aufziehen und habe direkt quasi einen erste hilfe schutz bei einem regenschauer ansonsten einfach eine sehr schöne wie gesagt urbane jacke für beide geschlechter die ich auch absolut ans herz legen kann